Eben als ich los bin oder als wir los sind, habe ich mir gedacht, oh man, du hast es vergessen. Die Kamera gar nicht mit dir dann zu unserer ersten Kassi-Runde. Unmöglich. So geht das nicht. Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 17.01.2016. Und die Mone fährt heute wieder nach Hause. Die machen alle nochmal einen letzten Spaziergang, bevor sie abreisen. So wie meine Schwester. Und Bernstein suchen sie, wie die Verrückten. Dabei ist gar nicht so windig gewesen und gar nicht so ein großer Wellengang. So viel kann am Strand gar nicht rumliegen, vor allem, weil ja jeden Tag hier Leute lang gehen. Aber gut. Aber immerhin haben wir heute welche gesehen mit einem Behälter. Das kann man ja gar nicht oft genug erwähnen. Wenn ihr Bernstein sucht, solltet ihr immer einen Behälter mitnehmen, wo ihr ja den vermeintlichen Bernstein reinpackt, weil es nicht selten schon passiert, dass es kein Bernstein war, sondern ein Phosphor. Und der dann bei ein bisschen Wärme anfängt, sich selbst zu entzünden oder zu verbrennen. Also Bernstein, wenn ihr Bernstein sucht und glaubt, welchen gefunden haben, nie so in die Hosentasche stecken. Das ist jetzt nicht so, dass ich schon mal nach Bernstein gesucht hätte. Aber ich hab noch nie welchen gefunden. Ich wüsste auch nicht, wonach ich gucken sollte. Ich weiß wirklich, wie Bernstein aussieht, zumindest wenn er nicht schliffen muss und so. Und ich hätte bestimmt schon mehr finden können, als jeder Tourist, der hier heute rumrennt. Naja. Ist so nicht so. Weiß ich nicht, weil ich davon haben will. Pack ich mir die Steine zu Hause hin und dann freue ich mich da dran. Nicht so meins. Ist ja süß. Wir sahen gerade zu denen, der sagt, schieß, du guckst und springst auf die Couch und den Zähner nehmen. Begeistert gucken sie weder nicht irgendwie, aber ist ja süß. Jetzt haben wir wieder eilig. Oh, das ist so kalt. Hast du ihr Pulloverzeug auf alles? Ja, danke. Tschüss, denen. Tschüss, Mario. Tschüss. Kannst ja mal gucken, vielleicht kommst du ja bald noch hier. Ja, du musst gucken. Auto muss da noch anspringen. Tschüss. Fahr vorsichtig. Nun haben wir wieder unsere Ruhe, ne? Wir Bäder. So, ich fahre gerade nochmal eine kleine Runde mit dem Hund, denn ich muss heute auch wieder zur Arbeit. Husten habe ich immer noch. So, und jetzt muss ich mich ranhalten, denn wie immer bin ich natürlich spät dran. So, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Das war ein bisschen verführt. arbeitstag vorbei ich will es nicht vielleicht so recht sagen soll jetzt oder so recht noch beitragen kann zu diesem vlog ja naja ganz normale arbeit nervig ist die sache mit meiner gruppe immer noch auf arbeit hat es auch nicht so richtig funktioniert oder war ziemlich schnell akku runter ich brauche da wohl dringend neue akkus vielleicht gucke ich mir das morgen an und lasse die mal so ein bisschen probe laufen einfach immer um zu testen wie lange die akkus halten und so was gibt es sonst sozusagen nichts mehr eigentlich und deswegen sollte ich auch nicht lange rumlaufen kleine scheißerchen schläft ja dann sage ich wie immer vielen dank für eure aufmerksamkeit und bis morgen tschüss